Ja, okay. Ach, da ist nix. Jetzt hab ich doch schon, ne? So, hier kann ich doch nix. Kann ich da was? Nö. Da kommt man dorthin. Das ist ja auch total auffällig. Next Settlement. Medium Village. Ich bin bei Small Village. So, der sagt jetzt hier? Ja. Da ist der Scheiß. Alter. Holy shit. Was ist das Prozent? Zehn Prozent? Tite? Was ist das denn? Da geht die ganze Kacke her. Halleluja. Approval Lost 6. Naja. Ja, ich kann nicht ein Prozent Steuern machen. Warum nicht? Warte mal. Doch. Zwei Prozent. Komm. Das reicht. Zwei Prozent hier und zwei Prozent da. Alter, warum hab ich das eben nicht gesehen? Verdammt. Gott. Nein. So viel Zeit verschwendet. Könnte schon weiter sein, verdammt. Servant versus Show Workplace. Achso. Mann, bin ich blind. Hab ich das eben übersehen. Jetzt müsste mal bald hier Geld reinkommen. Ah. Kinders. Und dann immer noch die acht Steine. Das kann auch nicht wahr sein. Storffull. Ja. Es ist schön, dass der voll ist. Warum macht den Kanal leer? Das wäre doch mal die Frage, ne? Naja. Wunderbar. Ist ja ganz toll. Was macht der jetzt hier? Da läuft auch nix, ne? Puh. Und der Wald ist immer noch nicht weg. Warum nicht? Wo ist er denn? Unlimited Work Era. Limit Work Era. Äh. Ah. Guck mal einen an. Da. Macht der das jetzt? Warum ist da keiner drin? Warum war da keiner drin? Ja, gut. Jetzt müsste er aber laufen. 60 Prozent. Yeah. Ich brauche mehr. Ich brauche 70. Sind die Steuern nur einmal im Jahr, oder was? Oder jeden Monat? Na, egal. Da ist jetzt auf jeden Fall mal einer drin, ja? Jo. Der geht da auf das Feld hier. Wo sehe ich denn, ob der es benutzt? Da. Oh. Scheiße. Das ist ja ein Haufen Zeug hier. Alter. Da reicht ja einer nicht. Aber ich habe nur einen frei, verdammt. Ich habe noch zu wenig Leute. Der mit. Das machen wir mal. Eist. So ein Feld ist ja. Alter. Das ist ja abartig groß. Holy shit. Aber jetzt ist es schon mal besser als vorhin. So. Jetzt geben wir noch ein bisschen Gummi. Mal gucken, wie der Onkel jetzt hier das Zeug macht. Ja. Das dauert. Der braucht den ganzen Monat für. Gut. Aber das heißt ja auch im Märzen, der Bauer, ne? Das heißt ja, der macht den ganzen Monat nach einem Feld. Als Einzelner. Ding Dong. Was macht der denn jetzt? Junge, wo läufst du denn hin? Hast du jetzt 13 Prozent? Ah, es regnet. Und schon haben wir abgerissen. Äh, wir müssen mal hier langsam anfangen hier, ne? Jäger habe ich jetzt nicht mehr. Jäger habe ich jetzt wie viele? Einer. Na gut. Ich brauche mehr Leute, verdammt. Ich brauche mehr Leute, verdammt. Warum machen die nicht weiter, wo der andere da vorne aufgehört hat. Aber egal. Sie machen es. Immerhin. Dann wächst auch was. Also dann brauche ich ja mindestens mal vier Leute oder so, für das Ding richtig schnell fertig zu machen. Oh, da. Anad der Ochs. Mach mal doch mal. So, was ist denn jetzt mit den Steuern hier? Kommt nix rein, ne? Geht wahrscheinlich, äh, jährlich oder so. Okay. Super. Familie Member, join of the settlers. One of the settlers. Warum sieht man nicht welchen? Wo? Was? Wie? Warum? Wo sehe ich denn hier, wie viele Leute hier drin sind? Requirements not met. Bitte was? Amenities. Bitte was? Anstrengend. Ach, da oben. Eins plus null. Endlich kommt da mal was. Halleluja. Ein einzigen. Ja gut, muss ich erst mal läppern, ne? Also das Feld hier ist jetzt fast fertig. Im Mai. Na gut. Wenn das hier weiter so läuft, ist ja okay. Dann haben wir immerhin drei Leute, die sich da drum kümmern. Obwohl ich nur einen hier drin habe. Ist doch schon mal gut. Und dann wenigstens ein Feld fertig. Im Mai. Zum Ernten im September oder so. Oder Oktober. Gehen die jetzt zum anderen Feld hier rum? Oder? Ja, viel zu viel angelegt. Für so wenig Leute. Ich muss auf jeden Fall über 80% kommen. 61% ist schon mal gut. 61% wäre besser. Und ich habe auf jeden Fall wenig Vorräte. Null Monate? Naja gut, aber New Family started moving in. Ja, ist ja schön. Ach da. Da sieht man jetzt Kamerl hinzu. Aber wo sehe ich das denn jetzt hier, Mensch? Hä? So, upgrade to Level 2. Unlocks New Extensions. Ja, aber was brauche ich denn jetzt hier? Requirements not met. Welche Requirements denn? Amenities. Ja. Ich drücke drauf und nichts passiert. Was denn jetzt? Hä? Was fehlt dem? Sag doch mal. Was sind denn Amenitities? Was haben die Scheiße? Hä? Braucht der Bier oder was? Ernsthaft? Ah, okay. Jetzt haben wir das Feld, haben sie auch fertig. Halleluja. Es ist schon Juni. Was sagt der Obstfritzer? Der Obstfritzer sagt, der sieht nicht gut aus. Noch ein bisschen mehr Obst sammeln. Was sagt jetzt hier? Da ist auch nichts. Ist das nur einer oder was? Oh Gott. Okay. Nächstes großes Feld. Oh, und ich hab Geld. Ich mach Geld. Ja. Runden in unsere neue Familie. Sehr schön. Und 58. Sehr schön. Okay. Also hab ich jetzt 17 und ich hab 19 Luft. Das ist aber nicht gut. Dann muss ich nochmal neue Häuser bauen, ne? Holy shit, Frau Schmidt. Da hat er ordentlich weggeholtzt. Dann muss ich nochmal neu assignen. Da so. So, dann muss ich jetzt mal gucken, wie ich das mache, ne? Einzelne Häuser? Irgendwie. Da nochmal hier so. Eins. So, wie ging das jetzt hier? Ist das hier für ein Haus? Zwei. Jo. Das ist okay. Das ist okay. Und schon sind sie dran, die fleißigen Mädels und Jungen. Und dann könnte ich auch schon... Ja gut, der Torst, äh, der Logging ist jetzt ein bisschen blöd im Weg, aber... Im Prinzip hätte ich lieber hier so eine Kreuzung gebaut, aber irgendwie geht das jetzt nicht mehr. Ne, kann ja schlecht hier durchbauen. Dann machen wir doch mal einfach so. Hier dran vorbei. Und dann hier so. Ne? Und einmal so. Und dann hier... Ach, hier ist gar kein festes Pünktchen. Okay. Äh, so rein rastermäßig würde ich sagen, ist das jetzt nicht ganz so günstig. Dann fange ich doch mal jetzt mal an mit der nördlichen... Straße. Die da hier so rüberfährt. Oder eher da so. Eher da so. So. Das ist schon mal der äußere Ring. Der innere Ring ist das da. 63 Prozent. Sehr schön. So, dann müssen sie nur die Häuser noch fertig bauen. Haben sie schon. Mei, das ging immer flott. 21. Gut. Dann haben wir jetzt wieder drei Luft. Passt. Och, guck mal, die Felder wachsen. Oh, ist das hübsch. Schön. Gut. Die sind ein bisschen spät an mit August, aber naja. Können wir nicht alles haben. Das Zeug läuft auch. Der flachst, der flachst so richtig rum. Hups. Machen wir doch mal einen Screenshot, was? Das sieht schon geil aus, ne? Richtig geil. Ah, mit Kirsche. Guck mal, da hinten. Mit Kirsche. Und da vorne haben sie das Blümchen. Da ist das hübsche Blümchen überall hier. Landwirtschaft-Idylle. Land, äh, ländliche Idylle. So rum. Oder so. Ja, das ist ganz schön für den Anfang. Hat doch was. Also. Prinzipiell sieht das noch besser aus im Prinzip jetzt als, äh. Gut, das ist halt jetzt nicht Ich-Perspektive, ne? Aber so generell sieht das deutlich besser aus als, ähm. Na, wie heißt das noch, der Name? Genau, der. Bell-Ride, mein Gott. Ist jetzt nicht ganz so Mikro-Management-mäßig wie, ähm, mir liebe Dynasty, aber. Das wäre natürlich nur Overkill, wenn man das noch jetzt umschalten müsste. Und sagt jetzt hier, äh, du hast ein großes Feld und jetzt musst du mal die ganzen einzelnen Felder auf dem Feld, also diese, was weiß ich, wie man es nennt. Dieses Raster noch von Hand säen und noch Samen kaufen gehen. Das wäre natürlich jetzt noch, äh, eine Stufe härter, ne? So, was sagt er jetzt hier? Nicht gut. Ich hab zu wenig, äh, Upscht. Mal nochmal hier. Zwei sammeln schon. Dann gehen wir mal drei, drei Familiengruppe, Upscht sammeln. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das jetzt hier... Mit, äh, ich brauch ja noch ein paar Häuser, ne? Und da hab ich jetzt noch Platz. Da wollte ich aber eigentlich Platz lassen für die Felder, wenn ich mehr Leute arrangiere. Dass ich dann zumindest mal die Ecke hier noch komplett mit Felder zukleistern kann. Das mit dem ganzen Schafgedönse hier ist mir noch nicht ganz geläufig. Äh, ich hab aber eh zu wenig Leute. Der Weg ist aber schon mal hier falsch. Den hab ich irgendwie blöd gemacht. Ich wollte nämlich eigentlich den Weg hier dran vorbeimachen. Hey, und wie kann ich Weg löschen? Ich krieg den nicht gelöscht. Kosmetik. Erase shrubbery. No construction. Clear an area from non-gameplay-related shrubs. Naja, das ist nicht das, was ich brauch. Ich bräuchte eigentlich sowas wie Straße löschen. Oder einen Weg. Löschen? Macht er nicht. Na gut, egal. Dann machen wir es halt so. Also, das wird auf jeden Fall noch hier Feld. Und dann müsste ich mal gucken, wenn ich das jetzt hier so rüber. Und den hier. So. Der ist also noch geplant für Feld.